Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt zwar viele verschiedene Freikirchen in Deutschland, viele verschiedene Denominationen, aber es ist sehr schwierig, eine gute Kirche zu finden, die wirklich noch zu den Wahrheiten der Bibel steht, auch zu den unpopulären, die überhaupt das richtige Evangelium predigt. Und einige Christen, die auf der Suche nach einer guten Gemeinde sind, die versuchen es zum Beispiel mit EFG- oder FEG-Gemeinden unter anderem. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, die ich genommen habe. Aber leider sind diese Gemeinden einfach nur schlecht. EFG- und FEG-Gemeinden kann man vergessen. Sie haben sich schon längst vom richtigen Evangelium entfernt. Sie haben sich schon längst von vielen biblischen Wahrheiten entfernt. Und in diesem Video möchte ich uns als Deutschlandseelen gewinnen vergleichen mit den Freikirchen in Deutschland. Beispielhaft habe ich einfach EFG- und FEG-Freikirchen genommen, weil das typische Freikirchen sind. Das sind nicht irgendwie exotische Freikirchen, sondern das sind typisch konservativer, ausgerichtete, evangelikale Freikirchen in Deutschland. Deswegen, EFG und FEG stehen hier einfach nur beispielhaft für Freikirchen allgemein in Deutschland, für evangelikal-konservativ ausgerichtete Freikirchen. Und die möchte ich vergleichen, ganz konkret, zehn Punkte mit uns als Deutschlands Seelengewinn bzw. allgemeiner gesagt mit uns als NIFB-Bewegung. Was ich vorweg sagen muss unbedingt, ist, dass wir als Deutschlands Seelengewinn natürlich noch keine richtige Kirche sind. Wir haben keinen festen Ort, wo wir uns jeden Sonntag treffen. Wir sind eine Gruppe von Baptisten in Deutschland, die sich monatlich treffen, um Seelengewinn zu gehen. Es ist natürlich unser Wunsch, dass daraus eine unabhängige Baptisten-Gemeinde entsteht, aber das sind wir noch nicht. Deswegen verallgemeinert der Vergleich zwischen Freikirchen in Deutschland mit der NIFB-Bewegung. Was bedeutet NIFB, falls du noch nie was davon gehört hast? NIFB steht für New Independent Fundamental Baptist, also neue, unabhängige, fundamentale Baptisten. Warum neu? Eigentlich sind wir gar nicht neu, sondern wir gehen einfach zu dem zurück, was unsere Glaubensvorfahren sowieso schon geglaubt haben. Aber heutzutage ist es eben neu, wir sind deshalb neu, weil sich viele unabhängige Baptisten schon längst entfernt haben von wichtigen Wahrheiten, von guten biblischen Lehren und einfach immer weltlicher werden, immer zurückgefallener. Deswegen neu. Aber wir gehen eben zu den Wahrheiten der Bibel zurück. Wir als NIFB-Bewegung, das muss ich auch dazu sagen, sind eine Bewegung. Wir sind independent, wir sind unabhängige Baptisten-Gemeinden. Also wir sind keine Denomination, sondern wir sind einfach eine Gruppe von befreundeten, gleichgesinnten Baptisten-Gemeinden, die eben bestimmte Lehren vertreten aufgrund der Bibel. Und uns als NIFB-Christen möchte ich eben vergleichen mit den Freikirchen in Deutschland. Und ich habe hier zehn konkrete Punkte, es gibt natürlich noch mehr als zehn Punkte, aber das sind zehn ganz konkrete Punkte, die uns sehr deutlich unterscheiden. Und lass mich dir gleich vorweg sagen, wir als NIFB-Baptisten, wir sind besser als diese Freikirchen in Deutschland. Zu 100 Prozent. Denn diese Freikirchen in Deutschland, die haben sich schon längst verabschiedet vom richtigen Evangelium und von vielen weiteren wichtigen biblischen Lehren. Und es ist eine Schande, dass sich IFG-Gemeinden oftmals als Baptisten bezeichnen. Sie bezeichnen sich meistens als evangelisch-freikirchische Gemeinde in Klammern Baptisten. Und es ist gut, dass sie das Baptisten in Klammern setzen, denn sie sind keine richtigen Baptisten. Sie haben sich längst verabschiedet von vielen biblischen Lehren, die ich dir jetzt gleich erklären werde. Und Christen heutzutage haben diese dumme Einstellung, dass wir irgendwie nur die Gemeinsamkeiten betonen sollten. Nicht die Unterschiede. Warum gehst du so auf die Unterschiede ein? Wir sollten doch Einheit haben. Aber wir wollen keine Einheit um jeden Preis mit allen, die sich als Christen bezeichnen. Wir wollen keine Ökumene. Wir wollen befreundet sein mit tatsächlich wiedergeborenen Christen. Und vor allem wollen wir befreundet sein eben mit gleichgesinnten Christen. Deswegen sind wir NIFB. Wir sind gleichgesinnte, befreundete, unabhängige Baptistengemeinden. Unterschiede sind wichtig, Unterschiede sind gut. Und wenn ich mir eine Gemeinde suche, dann will ich doch wissen, was unterscheidet diese Baptistengemeinde von einer anderen? Was ist die beste Gemeinde? Ich will doch in die beste Gemeinde gehen, oder? Ist doch logisch. Natürlich können wir uns einfach als Christen bezeichnen. Und natürlich sind wir Christen. Zuallererst. Aber wir sagen eben ganz klar, dass wir NIFB sind, weil wir uns ganz eindeutig unterscheiden von anderen. Und das ist wichtig, damit Leute wissen, was uns unterscheidet. Der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, und das ist einfach symptomatisch, das ist so typisch für Freikirchen in Deutschland, dass sie Büchertische und Verteileraktionen veranstalten. Anstatt wirklich das Evangelium zu predigen, wirklich auf die Menschen zuzugehen, ihnen direkt aus der Bibel zu zeigen, wie sie in den Himmel kommen können, machen sie einfach nur diese Aktionen. Irgendwie einen Büchertisch. Irgendeine Verteileraktion. Und ich habe das deswegen als ersten Punkt gewählt, weil das für uns als Deutschlandseelengewinnen, als Gruppe von Seelengewinnern in Deutschland, die wir ein offizieller Ableger sind, von Faithful World Baptist Church übrigens. Für uns ist das natürlich das Hauptthema, Seelengewinnen, Evangelisationen. Also uns unterscheidet als Deutschlands Seelengewinnen, als NIFB Deutschland, uns unterscheidet, dass wir eben wirklich Seelengewinnen gehen, den Missionsbefehl erfüllen und nicht einfach nur Büchertische machen oder Verteileraktionen, irgendwelche Flyer verteilen, irgendwelche Traktate, sondern wir gehen Seelengewinnen. Die Bibel sagt, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Als Christen haben wir die Aufgabe, das Evangelium aller Kreatur zu predigen. Die Bibel sagt, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen. Also die Füße werden betont. Warum die Füße? Warum sind die Füße so lieblich? Weil wir eben gehen müssen. Wir müssen herausgehen aus unserer Kirche und die Menschen mit dem Evangelium erreichen, ihnen das Evangelium predigen. Aber das ist, was diese Leute längst nicht mehr machen, die Freikirchen in Deutschland. Sie haben alle versagt und natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt ein paar gute Gemeinden in Deutschland. Ich sage nicht, dass es gar keine gibt, aber im Großen und Ganzen haben die Freikirchen in Deutschland versagt. Besonders diese EFG, FEG-Gemeinden, Brüdergemeinden, 99% der Gemeinden haben versagt, das Evangelium zu predigen. Und sie haben all diese tollen Ideen, wie man das Evangelium verbreiten kann, aber es hat nichts mit roher, purer Predigt des Evangeliums zu tun. Sie legen so viel Wert darauf, das Evangelium irgendwie zu kontextualisieren oder in die heutige Welt zu übertragen. Aber weißt du was? Wir müssen das Evangelium nicht relevant machen, das Evangelium ist relevant. Das Evangelium war schon immer relevant, wird immer relevant sein. Denn das, was Jesus gemacht hat, hey, das können wir heutzutage genauso machen, dass er eben seine Jünger zu zweit ausgesandt hat und sie haben einfach von Haus zu Haus das Evangelium gepredigt. Warum sollten wir das nicht heutzutage auch machen? Und weißt du was? Wir machen das und es funktioniert. Wir retten Menschen dadurch. Wie viele Menschen werden gerettet durch Büchertisch und Verteilaktionen? Niemand. Buchstäblich niemand. Denn wir müssen das Evangelium predigen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Nicht daraus, dass jemand einfach irgendein Buch über das Evangelium liest, sondern daraus, dass ihm das Evangelium gepredigt wird von einem anderen Christen. Und gerade Büchertische sind eine wirklich dumme Idee. Ich meine, wenn ich teilnehmen würde an so einer Aktion, ich wüsste doch gar nicht, was in den Büchern alles drin steht. Könnte ich wirklich sagen, ja, ich stehe dahinter, ohne dass ich das alles durchgelesen habe, aber auf der anderen Seite, warum sollte ich dann so ein Buch durchlesen, irgendwie 100 Seiten durchlesen, wo das Evangelium erklärt wird? Auf 100 Seiten. Einfach nur als Beispiel. Hey, ich könnte einfach auf jemanden zugehen und ihm in 5 Minuten das Evangelium erklären. So einfach könnte es sein. Aber sie haben all diese tollen Methoden, all diese kreativen Aktionen. Wie viele Menschen werden dadurch gerettet? Niemand. Aber hey, wir gehen Seelen gewinnen, wir gehen auf die Straße, wir sprechen Leute an und fragen, hey, angenommen, du würdest heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Wir verkündigen ihnen das Evangelium, schwarz auf weiß, aus der Bibel und leiten sie an im Gebet, falls sie glauben, damit sie gerettet werden. Und wir retten tatsächlich Menschen in Deutschland, wir als Deutschlands Seelen gewinnen. Und wir tun tatsächlich Gottes Werk. Diese Freikirchen, die tun überhaupt nicht mehr Gottes Werk. Wer wird von denen gerettet? Und du denkst dir vielleicht, ja, aber Anselm, ich habe doch gar nicht die Gabe, Seelen gewinnen zu gehen, evangelisieren zu gehen, so wie du das beschreibst. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, denn das ist keine Gabe. Das ist ein Befehl, den Jesus gegeben hat, an alle Christen. Dass wir in die ganze Welt gehen sollen und das Evangelium aller Kreatur predigen sollen. Das ist ein eindeutiger Befehl, der Missionsbefehl gilt allen Christen. Du brauchst keine besondere Gabe dafür. Wenn du diese Haltung hast, ich habe keine Gabe dafür, das ist nicht meine Gabe, ich mache lieber irgendeine kreative Aktion, irgendwie, ich spiele Musik auf der Straße und dann hoffe ich, dass dadurch jemand zum Glauben kommt, wird nicht passieren, kann ich dir sofort nehmen, die Hoffnung. Du hast damit eine faule Einstellung. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber Anselm, du kannst das doch. Du hast doch diese Gabe. Ich kann das nicht. Aber rein menschlich gesehen würde ich sagen, dass ich überhaupt nicht dafür geeignet bin. Mir fällt das nicht leicht. Aber du musst es halt einfach machen und Gott wird dir gelingen schenken. Der zweite Punkt, Freikirchen in Deutschland haben ein falsches Evangelium. Diese EFG-Baptisten in Anführungszeichen sind eine Schande. Sie sind längst keine Baptisten mehr. Sie verkündigen nicht das richtige Evangelium. All diese Freikirchen verkündigen ein falsches Evangelium und weißt du was, wenn es eine Ausnahme gibt, dann super, dann freue ich mich darüber. Aber ich sage im Großen und Ganzen, findest du nicht das richtige Evangelium in Freikirchen in Deutschland. Das ist einfach Fakt. Denn was sie sagen ist, dass du eine Beziehung mit Jesus haben musst. Du musst eine Beziehung mit Jesus haben. Und hier ist das Ding. Nicht jeder, der sowas sagt, ist definitiv nicht gerettet. Es gibt Christen, wirklich wiedergeborene, gerettete Christen, die sagen, du musst eine Beziehung mit Jesus haben und sie glauben das richtige Evangelium. Sie benutzen einfach nur diesen Begriff. Aber die meisten, die das sagen, Beziehungen mit Jesus sind nicht gerettet. Warum? Es ist nicht das, was die Bibel sagt. Wo steht das in der Bibel, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben müssen? Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Du musst einfach nur an Jesus glauben, einfach ihm vertrauen und dann bist du gerettet, hast ewiges Leben, kannst du es nicht verlieren. Wir glauben an das richtige Evangelium. Als NAFB-Bewegung, als Deutschlands Seelengewinn. Wir glauben an Errettung allein aus Gnade durch den Glauben. Und wir glauben an Heilsicherheit, an einmal gerettet, immer gerettet. An die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben nicht, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben müssen, um gerettet zu werden. Wir glauben, dass wir einfach nur an Jesus glauben müssen, um gerettet zu werden. Denn das ist, was die Bibel sagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Oder Epheser 2, Vers 8-9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Siehst du, Gott gibt dir die Errettung, Gott schenkt dir die Errettung. Gott schenkt dir das ewige Leben, es ist kostenlos. Du musst es einfach nur annehmen, indem du auf Jesus vertraust, dass er für dich gestorben, begraben wurde und auferstanden ist. Das ist alles, was du tun musst. Also Gott gibt dir das ewige Leben, du musst ihm nichts zurückgeben. Aber eine Beziehung geht nicht nur in eine Richtung. Eine Beziehung geht in beide Richtungen. In einer Beziehung müsstest du was zurückgeben. Müsstest du eben Jesus dein Leben geben. Und das ist auch so eine tolle Floskel, die gerne verwendet wird. Du musst Jesus dein Leben geben. Aber weißt du was? Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Ich muss nicht Jesus mein Leben geben, um in den Himmel zu kommen. Gott sei Dank. Wenn es davon abhängt, dass wir irgendwie Jesus unser Leben geben müssen, eine Beziehung haben müssen mit Jesus, dann kommt niemand von uns in den Himmel. Denn niemand von uns ist gut genug. Wir müssen das ewige Leben als Geschenk annehmen. Jesus hat dafür bezahlt, er hat alles getan. Wir müssen nur an ihn glauben und fertig, dann haben wir es. Wenn du eine Beziehung mit Jesus haben willst, dann musst du die Werke tun. Dann musst du Jesus nachfolgen. Dann musst du ihm gehorchen. Aber kommst du dadurch in den Himmel durch gute Werke, dass du Jesus gehorchst? Nein. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was ist der Grund, warum jemand in die Hölle kommt? Weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Nicht, weil er keine Beziehung mit Jesus hatte. Siehst du, du kannst eine schlechte Beziehung mit Jesus haben. Du kannst eine schlechte Beziehung mit Gott, dem Vater haben. Du kannst das schwarze Schaf in der Familie sein. Aber du wirst nicht aus der Familie herausgeworfen werden, weil du durch den Glauben wiedergeboren bist, wenn du wirklich auf Jesus vertraut hast. Aber wenn du eben glaubst, dass du irgendwie Jesus nachfolgen musst, dass du Buße von deinen Sünden tun musst, das heißt ein besseres Leben leben musst, dann bist du nicht gerettet. Dann vertraust du auf dich selbst. Und ganz wichtiger Punkt, wir glauben an die ewige Sicherheit des Gläubigen, an Heilsicherheit, Unverlierbarkeit des Heils. Und das ist im Grunde genommen ein einziger Punkt. Errettung aus Gnade durch den Glauben und Heilsicherheit kann man als ein und dasselbe zusammenfassen. Denn wenn du dein Heil verlieren könntest, was musst du dann tun, um gerettet zu bleiben? Siehst du, dann hängt deine Errettung von dir ab, dass du irgendetwas tust oder lässt, um gerettet zu bleiben. Damit ist es nicht mehr Errettung allein aus Gnade durch den Glauben, sondern Errettung aus Gnade durch den Glauben plus deine Werke, plus das, was du tust. Wir glauben, dass es zu 100% kostenlos ist. Wenn wir einmal gerettet sind, dann sind wir immer gerettet. Es ist ewiges Leben, es ist ewig, es schaut nicht auf. Aber diese Freikirchen in Deutschland, die sind eine Schande, die predigen ein falsches Evangelium. Die ziehen Deutschland wirklich mit sich in die Hölle. Die haben sich längst verabschiedet von dem richtigen Evangelium, längst verabschiedet von Heilsicherheit. Was sie sagen ist eben, dass du eine Beziehung mit Jesus haben musst. Und sie verstehen eben darunter ganz eindeutig ein falsches Evangelium in den meisten Fällen. Eine andere Irrlehre, die diese Leute verkündigen, ist, wenn du nicht die Werke hast, dann bist du nicht wirklich gerettet. Also ja, ja, du wirst nur aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber wenn du dann nicht die Werke tust, dann wirst du nicht gerettet. Das ist natürlich nicht Errettung aus Gnade durch den Glauben, sondern plus Werke. Sie fügen die Werke hinzu. Sie sagen, wenn du wirklich rettenden Glauben hast, dann bedeutet das, dass du auch die Werke tust automatisch. Rettender Glaube ist Glaube plus Werke eben. Nicht einfach nur Glaube, sondern Glaube plus Werke. Sie verpacken das halt schön und sagen, dass es irgendwie die Fruchtwessen ist, bla bla bla. Letzten Endes kommt es für sie darauf an, dass du irgendwelche Werke tust, durch die du dann zeigst, dass du eben wirklich gerettet bist. Aber was ist die einzige Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen? Dass du glaubst an Jesus Christus. Also wenn jemand nicht glaubt, dann ist er nicht gerettet. Da kommt es nicht auf die Werke drauf an. Und dann sagen diese Leute hier, aber Glaube ohne Werke ist tot. Das ist doch toter Glaube, wenn du keine Werke hast. Richtig, es ist toter Glaube. Aber weißt du was? Toter Glaube rettet dich. Wer dagegen keine Werke verrichtet, Römer 4, Vers 5, siehst du, das ist toter Glaube. Oder sagt die Bibel, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du wirklich auf Jesus vertraust, einfach ihm allein vertraust, null auf deine Werke, dann bist du gerettet. Aber diese Leute vertrauen auf ihre Werke, denn sie müssen ja irgendwelche Werke haben in ihrem Leben, damit es ihr dann eben rettender Glaube ist. Aber das ist wirklich letzten Endes einfach nur Glaube plus Werke, ein falsches Evangelium, eine verderbliche Irrlehre. Hey, einmal gerettet, immer gerettet, Rettung online aus gnadischem Glauben, es ist das Geschenk Gottes, du kannst nichts dafür bezahlen. Es kommt nicht auf deine Werke an, dann kann ich ja so leben, wie ich will. Richtig, dann kannst du so leben, wie du willst und kommst trotzdem in den Himmel, wenn du einmal an Jesus geglaubt hast. Natürlich werden wir niemals aufhören, an Jesus zu glauben. Das ist dann ein sinnloses, anderes Extrem, das es gibt, was komplett ungewöhnlich ist. Wir werden niemals aufhören, an Jesus zu glauben, wenn wir einmal wirklich gerettet wurden, an Jesus geglaubt haben. Denn die Bibel sagt in Epheser 4, Vers 30, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir werden somit niemals aufhören, an Jesus zu glauben, an das richtige Evangelium zu glauben. Aber egal wie sehr wir zurückfallen in unserem Leben, egal was wir für ein schlechtes Leben leben als Christen, es spielt keine Rolle in Bezug auf unsere Rettung. Es war ein Geschenk, es hängt nicht von unseren Werken ab. Super wichtiger Punkt. Aber diese Freikirchen in Deutschland, die sind eine Schande. Die verkündigen ein falsches Evangelium. Sie machen ihre sinnlosen Büchertische, sinnlose Verteilaktionen, all diese tollen kreativen Aktionen. Hey, hier spielt die Musik. Bei uns. Wir gehen Seelengewinn. Wir retten Menschen. Wir verkündigen das richtige Evangelium. Und lassen uns nicht in falsche Lehren hereinziehen, wie zum Beispiel den Kalvinismus. Viele dieser Freikirchen driften immer mehr zum Kalvinismus ab. Kalvinismus ist eine Lehre, eigentlich eine Zusammenfassung von mehreren Lehren. Sie lehren unter anderem, dass der Mensch keinen freien Willen hat, dass Jesus nicht für alle Menschen gestorben ist. Allein das schon ist eine verderbliche Irrlehre. Wenn du behauptest, dass Jesus nicht für alle Menschen gestorben ist, gute Nacht. Ich meine, wie viele Bibelstellen willst du ablehnen? Wo die Bibel zum Beispiel sagt, dass er das Sühnopfer ist, nicht nur für die unseren Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Sie lehren, dass Gott vorherbestimmt hat, du wirst gerettet, du wirst nicht gerettet. Also sie sagen, dass Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass diese Menschen zur Hölle fahren und diese in den Himmel kommen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Viele dieser Freikirchen sind keine Hyperkalvinisten. Sie glauben nicht alle fünf der kalvinistischen Punkte. Ich habe jetzt nur ein paar Punkte aufgezählt. Aber sie lassen sich zunehmend reinziehen in kalvinistische Irrlehre. Und sie versuchen dann meistens Kompromisse zu machen zwischen kalvinistischer Vorherbestimmung und freiem Willen, anstatt einfach die Bibel zu lehren, dass wir eben einen freien Willen haben. Ich meine, die Bibel sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, es kommt auf deinen Willen an. Wir wissen schon, dass Gott will, dass du gerettet wirst. Aber du musst auch wollen. Aber sie lassen sich da reinziehen, versuchen da irgendwie Kompromisse zu machen. Wir machen keine Kompromisse, wir lehnen Kalvinismus komplett ab. Wir lehren freien Willen. Wir lehren nicht, dass Gott irgendwie Menschen vorherbestimmt hat zur Verdammnis. Wir lehren eine freie Erlösung für jeden, der es einfach annimmt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ihr seid keine Kalvinisten, seid ihr dann Arminianisten? Aber wir glauben auch kein Arminianismus. Wir lehnen beides ab. Es gibt nicht nur die Wahl zwischen zwei Irrlehrern. Und es gibt natürlich Kalvinisten, die sich einfach als Kalvinisten bezeichnen, aber nicht wirklich alle fünf Punkte glauben, keine Hardcore-Kalvinisten sind, die zum Teil gerettet sind. Aber wir wollen einfach keine Kompromisse machen. Wir lehnen Kalvinismus zu 100% ab. Alle Punkte. Es ist alles falsch. Du kannst dich mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir lehnen aber auch Arminianismus ab. Denn Arminianisten lehren, dass wir unsere Rettung verlieren können. Das ist ein verderbliches, falsches Evangelium. Nein, wir können unsere Rettung nicht verlieren. Es gibt nicht nur die Wahl zwischen zwei Irrlehrern. Das wird oftmals so dargestellt. Entweder Kalvinismus oder Arminianismus. Das ist falsch. Es ist beides Irrlehrer. Diese Freikirchen, sie nutzen korrupte Bibelübersetzungen. Sie lesen Hoffnung für alle, gute Nachricht, neues Leben. All diese Müll-Bibelübersetzungen, diese Pseudo-Bibeln, die einen Haufen Verse verdrehen. Ich habe ein Video schon dazu gemacht, zu Bibelübersetzungen. Das werde ich hier verlinken. Schau dir das unbedingt an. Das ist ein wichtiges Thema. Wir glauben, dass Gott sein Wort bewahrt hat, von Generation zu Generation, bis in alle Ewigkeit. Die Bibel ist eindeutig, dass kein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vergehen wird, bis alles geschehen ist. Das ist, was Jesus versprochen hat. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du glaubst, dass wir irgendwie Manuskripte ausgraben müssen und dass jedes Jahr irgendwie eine neue, verbesserte Bibelübersetzung herauskommt, dann frage ich mich ernsthaft, ob du überhaupt der Bibel vertraust. Ob du überhaupt glaubst, was die Bibel sagt, dass Gott sein Wort bewahrt hat, dass kein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vergehen wird. Aber in den neuen Bibelübersetzungen sind ganze Verse vergangen, weil es nicht Gottes Wort ist. Ich meine, die Bibel ist Gottes Wort. Darauf basiert unser Glaube. Aber wenn dein Glaube auf einer falschen Bibelübersetzung basiert, dann gute Nacht. Dann hast du die falsche Grundlage. Ich meine, all diese korrupten Bibelübersetzungen, die lehren zum Teil ein falsches Evangelium. Indem sie zum Beispiel sagen, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Sie verdrehen den Vers einfach. Oder sie sagen, dass der Weg in den Himmel schwer ist. Wie schwer ist es, in den Himmel zu kommen? Obwohl die Bibel eigentlich sagt, wie schwer ist es für die, die auf Reichtum vertrauen, in den Himmel zu kommen. Aber wir als NIFB und als Deutschlandseelen gewinnen, wir nutzen die Schlachter 2000 und wir nutzen keine korrupten Bibelübersetzungen. Wir lehnen die komplett ab. Warum sollten wir verfälschte Bibelübersetzungen verwenden? Das macht keinen Sinn. Wir lesen die Schlachter 2000. Und eine andere empfehlenswerte Bibelübersetzung ist die Luther 1912 in der Überarbeitung von der Trinitarian Bible Society. Worauf es hier wirklich ankommt, ist, dass die Übersetzung auf dem masoretischen Text im Alten Testament und auf dem Textus Rezeptus im Neuen Testament basiert. Das sind die Urtexte, die von Gott bewahrten, der masoretische Text und der Textus Rezeptus. In Deutschland haben wir nicht wirklich die Situation, dass wir eine perfekte Bibelübersetzung haben. Aber die Schlachter 2000 ist definitiv die beste. Die, die wir empfehlen, die, die wir hauptsächlich nutzen. Wie gesagt, die Luther 1912 ist auch gut. Und das ist extrem wichtig. Wir wollen die richtige Bibel lesen, nicht irgendeine Pseudo-Bibel. Du solltest wirklich deine Hoffnung für alle und was du, egal was für eine Übersetzung hast, Elberfelder, solltest du wegwerfen. Das ist Mist. Die basieren auf falschen Manuskripten. Ganz ehrlich, ist eine Bibelübersetzung, von der alle paar Jahre neue Ausgaben rauskommen, ist die wirklich vertrauenswürdig, wenn sich alle paar Jahre was ändert? Ich dachte, Gottes Wort ändert sich nicht. Ich meine, ist das nicht logisch? Ist das nicht irgendwie eindeutig? Fünfter Punkt. Bibelschulen und Hauskreise. Besonders diese beiden Denominationen, EFG und FEG, die haben eigene Bibelschulen. Eigene theologische Hochschulen. Dieses Konzept Bibelschule ist zu 100% unbiblisch. Zu 100%. Denn die Bibel lehrt, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, auf die du dein Glaubensleben bauen solltest? Ist das irgendeine Bibelschule? Nein. Es ist die Kirche. Das heißt, die Gemeinde, in die du gehst. Die sollte der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sein. Das Problem ist aber, dass diese Kirchen von diesen Denominationen und sowieso allgemein Freikirchen in Deutschland, dass die komplett versagt haben. Die sind schon längst kein Pfeiler und keine Grundfeste der Wahrheit mehr. Überhaupt nicht. Stattdessen sagen sie, wenn du eben wirklich die Bibel lernen willst, dann geh in eine unserer Bibelschulen. Oder dann geh an die FTH in Gießen, an die Freie Theologische Hochschule. Ich war leider, es war eine falsche Entscheidung, ein Semester an der FTH in Gießen. Und es war ungelogen so weltlich. Mir wurde gesagt, dass dort die geistliche Sperrspitze Deutschlands herangemeldet wird. Wenn das die geistliche Sperrspitze Deutschlands ist, an diesen Bibelschulen, dann gute Nacht. Die Bibel sagt, dass Gott der Gemeinde Ämter gegeben hat, wie zum Beispiel den Pastor am wichtigsten und auch Diakone, Evangelisten und so weiter. Und die Bibel sagt, damit, also all diese Ämter in der Gemeinde, nicht in der Bibelschule, sondern in der Gemeinde sind gegeben, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Wie kannst du im Glauben wachsen, wie kannst du im Glauben fest werden? Dadurch, dass Gott eben Pastoren gegeben hat, Diakone, Evangelisten, die dir helfen, im Glauben zu wachsen, die Bibel zu lernen und ein reifer Christ zu werden. Das Problem mit diesen Bibelschulen ist, die Leute, die sich wirklich für die Bibel interessieren, die wandern dann eben ab zu den Bibelschulen. Und was bleibt zurück? Leute, die sich weniger für die Bibel interessieren. Würden diese Gemeinden nicht versagen in der Lehre, wozu braucht man dann Bibelschulen? Wozu braucht man Bibelschulen überhaupt? Das ist kompletter Quatsch. Das ist ein unbibliches Konzept. Das Konzept Bibelschule ist zu 100% unbiblich. Du findest es nicht in der Bibel. Das Konzept der Bibel ist, dass du in deiner Kirche, in deiner Ortsgemeinde die Bibel lernst, herangebildet wirst zu einem reifen Christen. Und dass du auch, falls du qualifiziert bist, falls es dein Wunsch ist, zu einem Pastor vielleicht ausgewildert wirst oder zu einem Diakon wirst. Aber das geschieht in der Gemeinde nicht durch eine weltliche Struktur, nicht durch eine weltliche Organisation wie eine Bibelschule. Es ist im Grunde genommen eine weltliche Organisation. Von Menschen ausgedacht. Nicht von Gott. Und sie haben diese Hauskreise. Und ich sag nicht, dass es an und für sich eine schlechte Idee ist. Wenn du dich als Christ mit deinen christlichen Freunden treffen willst, um über die Bibel zu reden, dann mach das. Das ist eine super Idee. Das ist gut. Aber Hauskreise sollten nicht existieren als Institution der Gemeinde, als offizielles Angebot der Gemeinde. Das ist eine unbiblische Idee. Und wieder, es ist im Grunde genommen dasselbe wie mit der Bibelschule. Warum gibt es Hauskreise? Weil eben im Gottesdienst nicht genug feste Speise gelehrt wird. Sondern es ist eben immer nur eine Larifari-Predigt. Immer nur um den heißen Brei herum. Die Leute bekommen nicht das, was sie brauchen. Und wenn du dann wirklich was lernen willst, dann gehen die Hauskreise. Wo findest du das in der Bibel? Nirgendwo. Das ist ein bescheuertes Konzept. Echt. Wie gesagt, wenn du dich einfach treffen willst mit deinen christlichen Freunden, dann mach das. Aber das sollte kein offizielles Angebot der Gemeinde sein. Das ist nicht das Konzept der Bibel. Das biblische Konzept ist, dass die Lehre in der Gemeinde, im Gottesdienst stattfindet. Und wenn die Gemeinde versagt, dann ist es traurig. Dann solltest du dir eine andere Gemeinde suchen. Das ist ein bescheuertes Konzept.